Hallo liebe IB-Fan. Am Sonntag 11. September nach dem Spiel gegen Lugano wird unsere IB-Legende Marco Wölfli seine Abspielspiele spielen. Bleibt noch ein bisschen im Stadion, dass wir alle zusammen ein sehr schönes Fest machen können für unseren Marco. Es ist ja selbstverständlich, wenn Wolf die anruft und fragt, ob ich bei seinem Spiel dabei sein will, beim Abschiedsspiel. Da konnte ich sicher nicht Nein sagen, weil er doch noch mein Zimmerpartner war bei IB und auch in der Nazi. Das ist für mich eine grosse Ehre, dass ich dabei sein kann. Ich werde auch dabei sein. Ich war langjährig, war ein Mitspieler, ein Freund von mir. Es würde mich freuen, es würde alle freuen, es würde vor allem Marco freuen, wenn ihr alle noch sitzen bleiben und nach dem Spiel gegen Lugano uns unterstützen und euch amusieren. Nach dem Spiel im Stadion sitzen bleiben. Warum? Weil Marco Wölfli seine Abschiedsspiel hat. Marco Wölfli, der so viel Verdienste hat für diesen Verein, dass wir ihn gebührend feiern. Und ich bin dabei und ich freue mich wahnsinnig, wieder einmal im Kreise der IB-Familie zu sein. Hallo zusammen, ich bin auch dabei, am Abschlussspiel vom Wolf. So bin ich dabei, ich weiss es auch nicht. Ich habe auch bei einem IB-Matsch gehabt und habe mich etwas mehr gefiebert und als Wasser zu laufen. Ich weiss es selber noch nicht, vielleicht bin ich ein Wasserträger-Trainer oder Sturm-Tank. Ja, der eine oder andere wird sich fragen, warum macht ein Velofahrer bei einem Abschiedsspiel mit einem Fussballspieler? Ich sage nur mal eins, Marco Wölfli ist ein spezieller, guter Militärkumpel. Das wissen vielleicht viele nicht, aber wir zwei haben zusammen die Rekruttinschule absolviert. Ich freue mich mega, für mich ist es eine grosse Ehre, um dabei zu sein, mitspielen. Wenn es einer verdient hat, zum Abschluss seiner Karriere, zum Abschiedsspiel von vollem Rang zu spielen, dann ist es Marco Wölfli. Bleibt nach dem Spiel, IB, Lugano im Stadion. Sie sind alle recht herzlich eingeladen, das Spiel mitzufolgen. Ich glaube, es wird einen Applaus und für den Wolf einen gebührenden Abschluss zu geben. Die Freude ist unglaublich, danke für eure Unterstützung und bis am Sonntag. Hoi, IB!